Ich sehe wirklich gerade so meinen Vordermann. Der Tacho-Teamer aus dem Radio 7-Morgen-Team hier und der Sebastian von der Feuerwehr in Aachen. Und ich darf heute dabei sein bei einer Feuerwehrübung. Angezogen bin ich schon, wie ihr sehen könnt. Sebastian, was machen wir denn jetzt alles? Ja, wir machen jetzt heute eine Übung mit dem Löschzug und vorher zeigen wir dir mal, wie die Feuerwehr funktioniert. Okay, das heißt vorher muss ich erstmal so die Anfängerübungen machen, oder? Genau, jetzt zeigen wir dir im Kleinen, wie es funktioniert, was die Großen dir nachher vormachen. Okay, das heißt, erste Station ist Einsatzwagen. Genau, wir gehen in die Fahrzeughalle, schauen uns ein Fahrzeug an und zeigen dir, wie es losgeht. Top, so machen wir es. Uli, ihr kommt mit. Sebastian, wir sitzen im Einsatzwagen. Normalerweise würden hier noch ein paar Leute mit uns sitzen. Und dann würde es losgehen normalerweise. Oder wie läuft so ein Einsatz normalerweise ab? Genau, wir kommen von zu Hause, ziehen uns um. Und dann, ja, ich sag mal, vier Mann ist es mindestens, die hinten drinne. Ein Fahrer, ein Chef, der Gruppenführer, der einfach sagt, wo es lang geht, der die Ideen hat. Und ja, dann geht's los. Aber wir legen jetzt erstmal los mit so ein paar kleinen Übungen für mich. Ich habe ja sowas noch nie gemacht. Was machen wir heute alles noch? Genau, wir machen jetzt ein kleines Training mit einem Feuerlöscher. Einfach mal, was jeder eigentlich kennen sollte, einen Feuerlöscher zu bedienen. Danach haben wir die Möglichkeit, ein kleines Haus zu löschen. Einfach mal, um zu zeigen, wie das funktioniert. Mit der Drehleiter können wir fahren, mit unserer herrlichen Aussicht hier in Aachen. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und nachher haben wir die große Übung. Okay. Und da dürft ihr dabei sein. Okay. Es ist wirklich brutal, auch wie hier. Ich muss echt sagen, ich fand es beachtlich, wie souverän die Jungs da rein sind, gleich wussten, was sie machen müssen. Ich stand da eher im Weg, als dass ich irgendeine Hilfe war. Hut ab. Also wenn es hier brennt, dann wissen wir, wer kommt. Und zwar ihr. Und dann ist gelöscht. Untertitelung des ZDF, 2020